Finanzmarktwelt.de, Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Vorletzter Handelstag vor Tagung der OPEC+. Ölpreis rennt nach oben, OPEC, China und Lagerdaten pushen. Der Ölpreis steigt kräftig an, das anstehende Meeting der OPEC+, China-Hoffnungen und kräftig sinkende US-Lagerbestände für Öl pushen. Noch Anfang dieser Woche sah das amerikanische WTI-Öl mit Kursen unter 74 Dollar das niedrigste Kursniveau seit einem Jahr. Und gestern früh lag der Preis unter 79 Dollar. Derzeit klettert der Ölpreis aber deutlich nach oben auf aktuell 82,87 Dollar. Dazu blicken wir auf drei Gründe, nämlich China, die OPEC und die jüngsten Lagerdaten aus den USA. Lagerbestände deutlich gefallen. Push für Ölpreis. Die Lagerbestände für Rohöl sind in den USA gestern Nachmittag im Wochenvergleich mit minus 12,6 Millionen Barrels veröffentlicht worden. Das ist ein erheblicher Rückgang, ein sehr bullisches Signal für den Ölpreis. Denn sinkende Lagerbestände deuten auf viel Ölnachfrage oder zu wenig Ölproduktion hin oder beides gleichzeitig. Seit Tagen fragt man sich schon, werden die massiven Corona-Beschränkungen in China weitergehen? Und wird die Regierung aufgrund der massiven Proteste der letzten Tage erst recht noch restriktiver vorgehen, um ihr keine Schwäche zu zeigen? Aktuell sieht es so aus, dass die Regierung eine Lockerung der Corona-Regeln wagen will. Sogar häusliche Quarantäne soll teilweise erlaubt werden. Entfallen die ständigen Abriegelungen ganzer Städte bei neuen Corona-Ausbrüchen? Man wird sehen. Aktuell jedenfalls wird der Anstieg im Ölpreis auch dadurch gepusht, dass man an eine wieder einsteigende Ölnachfrage in China glaubt. Bullen hoffen auf die OPEC+. Am kommenden Sonntag, den 4. Dezember, wird das Online-Meeting der OPEC-Plus stattfinden, der erweiterten Gruppe aus OPEC und externen Partnern wie Russland. Nun sind die Spekulationen groß. Wird die OPEC-Plus die Ölfördermenge nach dem Oktoberbeschluss für November minus 2,0 Millionen Barrels pro Tag erneut kürzen? Denn bei der anstehenden Rezession in vielen Ländern will man womöglich die Angebotsmenge nach unten anpassen. Der steigende Ölpreis könnte auch die Hoffnung vieler Trader darstellen, dass es am Sonntag erneut eine spürbare Fördermengenkürzung geben wird, die man jetzt schon mal einpreist. Diese Hoffnungsrallye ist in vollem Gange. Montagfrüh könnte es dementsprechend einen Absturz im Ölpreis geben, wenn diese Hoffnung enttäuscht wird. Finanzmarktwelt.de – Ihr Auge im Zentrum der Finanzen